Endlich, oh, wie, jetzt kann ich den Force endlich plätten, ach, das ist so gut. Junge, du sehste, den ich aufs Maul geben werde. Ja klar, alle gegen den Wolf, ja, ist logisch. JUNGE, wer hat mich da Force genannt? HALLO? Mein Text. So. Das ist ein... Hast du auch schon, hast du auch schon gesehen, wie meine Figuren heißen? Oh Gott, du hast die, ja, ich seh schon, du hast die Toho-Variante genommen. Hast du schon meine Figuren gesehen? Hast du, du hast auch... Ja, Merkel, das ist das, was ich lese. Ja, Merkel! Merkel ist Flüchtlingspullig. Das ist Mackie. Die Dingeldung. Forsario. Die Fumsbirne. Malia, der Klopper. Der Klopper, der Dingeldung. Der Kanzler. Lass Jujuko in Ruhe. Passive Lifehors und der Ratadier. Gut, dass es nicht meine Lebenspunkte war. Das war ein Volltreffer. Das Force Imperium schnickt so aus. Ja, aber jetzt im wörtlichen Sinne. Äh, wie kann ich Waffen auswählen? Auf rechte Maustaste. Danke. Äh, Wanni und Arya, die haben... Oh, Wanni und Steven nehmen Arya von beiden Seiten. Wow. Hm. Hallo? Ähm. Hallo? Ich hoffe, es liegt an der Map. Das ist gerade so komisch. Oh, ich muss schon wieder frutzen. Ich hoffe, er kommt leise raus. Wie Feuer ist? Wie? Über der Linken. Mit der Space-Taste. Ja, also mit Leertaste. Für die Leute, die Space-Taste nicht so verwenden. Space ist Leertaste. Ja, aber ich verwende den Ausdruck Space-Taste nie. Summer Force, warum tust du dir weh? Das hab ich. Ja, ja, schön. Er hat seinen Kron getroffen. Captain Code ist ja da. Captain Code! Das war auf jeden Fall ein schöner Volltreffer von mir. Warten ab, diesmal wird Sakura nicht gewonnen. Ne. Ist das Kron? Urin fließt. Ich seh grad Dingel-Lungstoffen-Affenschwanz drauf. Hä, was? Fick! Fick! Oh, fick! Ich seh' da! Hä? Was ist auf den Schwanz drauf? Ding-Dong. Dingel-Dong. Oh, wo bin ich denn? Oh, Ringgepfürst. Pfff! Okay. Sakura. Das ist die Rache der Dienstmarkt. Ich hab auch noch einen Eichelbär. Mag es nicht, Wolf! Moment. Ich muss lachen an. Guck mal. Ich schwör dir, färts nicht. Äh, färts nicht. Ich hab extra noch nachgeladen. Nur für dich. Oh, der Force ist fast tot. Ja, da hab ich den Schmack dir aber so richtig aufs Baumel gelegt. Oh, oh. Ich hab ein ungutes Gefühl. In der Unterhose. Da hinten sitzt Merkel. Die Merkel wird von Force genommen. Merkel ist sowieso so ein Stück. Ein Stück Scheiße, oder? Ja. Das trifft es am Essen. Obwohl, das wäre eine Beleidigung für das Objekt. Kacke. Ja, es hat Nillenbrand nicht erwischt. Ja, es hat Nillenbrand nicht erwischt. Da hat Nillenbrand noch mal Glück gehabt. Wo ist denn die Vagina? Ich seh sie, ich glaube nicht. Direkt über Force. Was hat er das denn gemacht? Ähm, das ist dieses Item. Dieses eine. So, Wulff. Rache ist Blutwurst, Freundchen. Ich mag Blutwurst. Ja, es ist sogar kurz zum Schwänzel rauf. Genau. Das gelingt mal sehr an. Oh, der rosa Penis ist am Truss. Eichelbärd. Genau. Guckt euch Osoma an den Feigling. Wulff, ich hab mir gesagt, er ist Blutwurst. Ja, jetzt geht er nur auf mich. Na klar. Feigling. Du wirst ja auch auf mich gegangen, du Arsch. Ja, zum ersten Mal. Nur weil ich einmal auf dich gehe, heißt das nicht, dass du ewig auf mich zurückgehen brauchst. Ich gehe auf den, der am nächsten Mal in meiner Nähe ist. Am nächsten Mal in meiner Nähe, genau. Ich weiß. Oder den, den ich gut abknallen kann. Ja, scheiße, ne? Scheiße, der Xerax. Er macht sowieso Marissa und Remilia kalt. Haha. Du Sack. Das ging schon mal rein. Oh, ich hab das vermischt. Wisst ihr doch alle, Raba ist auf der PSX. Jetzt kommt Marissa. Damals hat man echt nicht davon, hat man echt nicht gedacht, dass das mal sowas dann könnte. Was ist denn das da? Wulff, das ist mein roter Penis, oder der rosa Penis, oder Eichelbärten ist doch der Brumann. Ne, da würde ich... Schmackes... Oder? Ne. Das geht sich doch nie aus. Wesen, wo? Oben ist Schmacki. Rotenzen, Urinflüsterer, Capro, Kot. War klar, so verfehler, scheiße. Auf, yo! Wer hat sich damit eingetroffen? Hedi ist dran. Was für gerade zwei Lebenspunkte noch abbezogen. Lol. Ich wollte euch eigentlich gar nicht treffen. Ne Bagginaschling. Ich habe nur den Berg da zu spät gesehen, ich wollte eigentlich Frost töten. Schmacki? Mach, 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 mach! Lass ja, Sakuya in Ruhe. Kann ich noch zwei stoppen und abhauen? Hui! Genau, Sakuya und Ventus, die beiden schienen eine geile Nummer. Schon wieder. Der Catbeller. So, Schmacki. Tja, jetzt sind wir in einem Raum. Der Morinflüsterer versteckt sich ganz hinten. Leg dich, der Capro, Kot, sommer, dabei. Das ist der Captain des Kotes. Ja, jetzt wird es eng. Eng für den Kot, schlürf. Schade. Schade. Captain Kot. Wenn du jetzt eben abgesoffen wirst, war kriegst du schon nicht Gold. Die Bagginalschlinge, wow. Frick, ich bin schlau. Hm. Am liebsten wäre ich jetzt jung. Soll ich ganz gemein sein? Oder soll ich nur ein bisschen gemein sein? Ein bisschen nur. Ne, soll ganz gemein. Gnaden, wunderschön. Welche? Okay, da ist das blöd. Boah, stinkt hier, packt aus. Ist das Bulle gewesen? Eine Kuh mit schwarzen Augen. Schade. Aber es hat zumindest... Sova, Kot, du kannst doch schwimmen. Was stand das? Sova, Komoria hat ein Date? Leut. Geil. So, Remilia Scarlett. Da hätte eigentlich eine Kuh schon ausgereift. Die Kuh macht Mu. Mu! Oh, das könnte jetzt interessant werden. Aber Eichelbärz! Nicht Eichelbärz! Du kannst die Merkel von mir aushaben. Das war schon ein Volltreffer. Da will ein freiwillig Merkel haben. Oh, Wolf ist dran. Oh! Oh, Schmacki steht da richtig gut. Ja, zwischen zwei Frauen, das gefällt ihm natürlich. Schmacki, ich fahr nicht. Warum ist da eigentlich kein Simon dabei? Was war denn das für eine Aktion? Das war neu. Hey, du Herr! Wus. 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 Aber getroffen hat's. Oh, das Forrest Imperium schlägt zurück. 2.0. Die Rache des Star-Force Raiders. Dar-Force. Warte mal. Der... Und Raimo kratzt sich einfach nur am Kopf. Nee, Bayern ist jetzt 2 Uhr morgens. Yes! Oh! Ich schläg dich! Ich schläg dich! Ich schläg dich! Ich mein, wenn ich schon die Gelegenheit hab und ihr da so richtig geil steht, das muss ich ausnutzen. Ah ja. Ah ja, hat ein Problem, die wird von Stevie und Wanny genommen. Die hat da keine Chance zu entkommen, die kann darüber reporten. Ich merk grad, wie scheiße meine ganzen Kinder mal stehen. Ach, und du denkst, es ist Wilgert gerade, Wolf? Meine stehen auch nicht viel besser. Weil da stehen 2, links stehen 2, oben stehen 2 und Aya ist ganz alleine und Aya ist auch noch eingesperrt. Jetzt will da so ein Penis-Sal raus. Yeeeey! Warte, nach, mein Gott! Egal. Oh ja. Das war schon beendet. Geht genau zu Merkel. Wer ist YuYuKo? Dafür, da, dafür kann Merkel weiterlaufen. Ähm, ja. Wir walken Merkel wieder. YuYuKo. Ja stimmt, ich hab Simon echt vergessen, eins zu bauen. Na ja, das kann ich ja immer noch erledigen. Aber nicht jetzt. Ähm, das kann jetzt was werden. Die Heiligerin. Oh. Oh. Was für ne Verschwendung, Forst, die war teuer. Das war meine. Äh, das war die Verschwendung, Wolf, die war teuer. Äh, jetzt nimmt der Stevel Aya von hinten. War ja klar, dass er drauf steht. Jedes Mal. Der Stevel schmeißt sich immer an die Toe-Girls ran. Ja, das macht er immer und immer wieder. Na egal. Haha. Nee, mein rosa Penis. Nee, Stevel, der sieht ne Frau vor sich und geht immer auf den rosa Penis los. Warum? Weil er knickknack mag. War in der letzten Aufnahme auch schon so. Sieh, der Suwakon und rosa Penis, er nimmt immer ein rosa Penis. Die Toro will immer belegen, den letzten Platz. Sicherheitsdarmwürger. Jetzt muss ich auf guter Glück hoffen. Das ist Backbomb. Weil so viel Schaden kann sie mir und nicht machen. Er will seinen Klon vernichten. Ja, ja, ja. Yes. Boom, shakalaka. Das Schöne ist, ich höre schon ein Ja, Ja, noch bevor ich da überhaupt was sehe. Ich auch. Das musste sein. Oh, der Urin-Flüsterer. Das ist blöd. Die Toro-Wirma verlieren gerade. Das war richtig schlecht, gell? Im letzten Match saß du, äh, du Urinschläfer, du komischer. Geh einfach an die Umlauf auch dabei. Hey. Yomu... Yomu hatte nix getan. Oh, Mann, das war geil eben. Ich hab ihm noch nix gesehen. Ich will euch loswerden. Aber ich glaub, die gehe ich nicht so schnell los. Lass Yomu in Ruhe. Denk an Simon. Denk an Simon. Du brauchst eine Erliebungsfigur. Dafür hat er mir mega mit Unlimited. Oh, schade. Jetzt hab ich sie von hinten genommen. Du, ich hau meine rein, wenn ich jetzt dran komme. Ja, jetzt gibt's Rache. Deswegen wollte ich dich weghaben. Na, warte, du Arsch. Jetzt gibt's alles zurück. Mach uns. Jetzt hab ich die voll die Zähne aus. Warum hab ich ja nicht seinen Baseballschläger? Weil du doof bist. Voll die Zähne ausgehauen. Ich hab's dir reingezahlt. Verstanden! Osoma, der Feigling. Da ganz hinten. Wie ist er da hinten wieder am Megaman Hack machen? Wie jedes Mal. Hält sich aus allem raus. Ich wusste gar nicht, dass Osoma rosa Penisse steht. Naja. Interessant. Wenn die das alles hier sehen. Die dürfen die Videos eigentlich gar nicht sehen, sonst ist es Randal, ey. Ist auch so. Scheiße. Stell dir vor, was dann für Kommis gedroppt werden. Ein Final ist auch nicht da. Scheiße. Näh. Einmal. Warte. 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 Rain und Aya sind die einzigen Fiten. Ne, die sind beide in blöden Positionen. Äh, wie hast du denn das gemacht? Das zeig... Das sag' ich dir gleich. Weil... Ich sag mich da irgendwie immer um. Weil ich die Taste nicht finde. Sag damit gleich. Genau. Alle auf Yuyuko. das ist doch so frauenfeindlich tschüss Es ist mir gerade so egal, dass ich da durch den Wurf verloren habe, aber das war's wert Also, um dir das kurz zu erklären, Serax, du gehst in die Waffenliste und unten rechts sind doch sozial Pfeile Ich weiß, die ist im Preis drin, die kenne ich schon Einfach Leertaste und dann die Tab-Taste drücken Ja Also nicht Shift, sondern Tab Richtig Wenn du die Tab-Taste drückst, dann kannst du die Wurmer wechseln Geh jetzt ja nicht auf mich los, ich bin hier schon der Schwester Ja, aber klar So eine feige Ratte Du weißt, dass ich das hochlade, deswegen versuchst du jetzt Eindruck zu schinden und ein paar meiner 207 Abonnenten zu dir über zu bekehren Ich glaube nicht, ich glaube Ja, hau Remilia in die Fresse, ist klar Beeil dich, Serax, du hast nicht mehr viel Zeit Nee, er haut lieber Marissa auf den Arsch Lauf Ich würd's die Heimzahlen, ich haut ihm den Besen auf den Arsch Das will ich sehen Marissa hat ja nen Besen Oh, ich muss die ganze Zeit Ah, 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 ich muss die ganze Zeit Ich bin die ganze Zeit schon noch am letzten Du warst auch vorher, bevor ich dich eben gerade getötet habe, was noch drückt Also wie macht man sie immer mal Tab? Das geht nicht Du musst unten rechts, da sind Scalp-Pfeile Ja Bei der Waffen Das kannst du aber bloß einmal machen Ja, das mach ich Tab geht nicht Dann einmal Leertaste und dann erst die Tab-Taste Ah, ja, okay Mit Arja kann ich leben Was hat die gute Arja denn? Das ist Reimo Ja, Reimo Noch 23 Sekunden Macht nix, ich hab alle Zeit auf der Welt Komöde So, du Arsch Ich bin nicht tot Er hat's überlebt Er hat's überlebt Er hat's überlebt Er hat aber gut Er hat aber gut Lebensraum verloren Er war nicht dran Dafür bin ich jetzt aber besser Die mit den Affen drin Gelegen Wenn ich ihn jetzt als nächstes kriege Schmacki, wag es nicht Auf Wiedersehen Jetzt kommt's Hm Ich bringe Schmacki Du stehst definitiv gleich Ganz oben auf meiner Zermalmliste Das war ein guter Schuss Das hab ich die ganze Zeit erwartet Da heilt er sich zurück Der Schmack ist wie ein richtiger Draufgänger Ja, präsentiert, Hella Übrigens, die Würmerwahl kann man noch zweimal machen Ja, ich hab's gesehen Schwachsinn, was du ihm sagtest Ich brauch jetzt Paws vs. Hella Das schmackte wie ein richtiger Strategiker Hm Hella und Dick hat Böller Ähm Schmacki, der wievielte Wurm von dir ist er eigentlich, Venni? Der hat alle geschossen, da oben Ja, ja, ich weiß aber Einer der letzten Er hat Heddy versenkt So, du Arschloch Das war dafür, dass du eben mich gegrillt hast Ne? Mhm Wie du weh, so ich dir Die Serics Darmwürmer halten sich zurück Die sind alle noch voll frisch dabei Ich glaub nicht, dass der Schwänzel da freiwillig rausgehen will Der Käpt'n Code hat auch ne gute Position Nimm die Darmwürmer ernst Ich, ich hingegen hab ne richtig scheiß Position Nur Raymo und Jomo sind bei mir, die Sicherheit Da kriegt er wohl nix in der Weg, weil ich glaub's nicht Na, Jetpack, versenk dich am besten Du hättest mal meinen Flug mit Arya sehen müssen Ey, du Bastard, hau ja Oh, genau Na warte, du Dickser Stirb Na warte Du weißt ja gar nicht, was ich eingesammelt hab bevor Seracs hatte übrigens Glück, weil es hätt auch ebenso guten Blindgänger sein können Marissa ist da Ja, aber das ist selten Hätt aber trotzdem sein können Sehr selten, das sind die Min, die normal so liegen viel öfter So, Marissa Ja, tu mein rosa Penis was Hast du tot? Ja Ja Sayonara Sayonara Und da verschwindet die Scheiße im Wasser Ah, die Merkel und der Eichelbert, die sind noch Die sind Wie auf Präsentierteller Sind aber auch nicht mal lange da Haha, ich hab noch überlebt, du Sack Das könnte richtig so ein Dauerzuckerer werden Mhm Wer bist du da oben jetzt? Auch wieder so ne Feige aus Äh, keine Ahnung Ich weiß nicht Boah, die Dingsie Ja Ne Feige muss auf jeden Fall Ich bring das halt Das sah man eigentlich Rosario Das hat wohl nicht funktioniert Echt Kann ich irgendwie übrigens noch was nebenbei meine Bildschirmauflösung ändern, während des Spiels? Ähm, keine Ahnung Mach lieber nix, weil ansonsten ist Scheiße Aber guck dir was an Wani, Steel und Osoma, die verziehen sich in der Ecke und sind alle noch total frisch Geh, lass mal Rissen an mir Nein Nein, sagt einfach Hehehehe 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 Das will ich sehen Ich hau dir jetzt in die Fresse Hehehehe 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 Scheiße, er lebt noch Hehehehe Wie war das nochmal, ich hau dir in die Fresse Hehehehe Hehehehe Ja, aber du hast mich nicht wirklich so getroffen wie du wolltest Ja, ich wollte dich eigentlich ins Wasser hauen Ja, scheiße war's Schmacki, ich warn dich Er will Töte ihn! Er will Ja, wenn der Schmacki es gut macht, dann Haben die Xerax dann, wenn man das vor sich schimpieren, nix zu lachen Hm, ich hab noch was zum Lachen Hehehehe 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 Wie hast du das denn gemacht? Das sind ein paar Sprites noch Ja, da reicht manchmal ein Pixel aus Da reicht immer ein Pixel aus Ja gut, in dem Spiel ist es meistens Es klitscht sich manchmal durch zwei Pixel selber durch Oh, da hat er die heilige Bombe Oh, oh Nein, nein 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 Oh gut, gut Nein Oh, fuck Wow Das hat gesessen Oh Das hat richtig gesessen Ich glaub der Schmacki, der braucht noch einen auf dem Tee Ich schläft noch Ich schläft noch Der Schmacki, voller Stratege Oh, oh 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 Siehst du die Merkel? Die versteckt sich im Asylheim Wo ist denn die? Oh ja, da ist die Merkel Da geht genau zu Remilia Warum lässt du nicht einfach die Towerfiguren in Ruhe? Die werden sich alle rächen an dir Das ist doch bloß dein Atem Geh weg dafür Geh weg dafür Das kriegst du so zurück Einfach weil es kann Na ja, Schwänzel mal wieder In seine Ecke da oben Schwänzel und Grete Jetzt ist es plötzlich Merkel Oh, oh Die Merkel Die Merkel Oh, oh, oh Oh, jetzt startet die Merkel mit einem Atombomangriff Nee, wenn du mich angreifst, freut mich nicht Ich schwör dir, ich mach dir das Leben zur Hölle Ja, aber warum hast du dann mich angegriffen? Wenn ich schlechter bin als Seracs Weil du gerade so richtig schön spontan gut da standst Ja, genau Links von dir stehen vier Figuren, denen du schaden kannst Auf einmal Ja, meine Figuren, ich bin euch bescheuert Achso, das Ja, da standen zwei von Da standen zwei von Schmacki Nee Ein Schmacki und ein Merkel Ein Merkel Ja, du willst ja nicht behaupten was Merkel davon aus Das ist ein S Du feige Sau, Seracs Du feige Sau Was hast du denn? Ich bin der einzige Mann hier Ihr verkriegt euch alle bei den Affen Ich bin doch nicht blöd Das hat wohl nicht ganz geklappt, Seracs Ja, was kann ich denn dafür, dass die gerade alle so scheiße ist? Auch wenn es zum Namen passt Es ist halt Merkel, was erwartest du? Ja, deswegen, ja Was hat der Wolf jetzt vor? Was wollte ich auch? Sich hochjagen Was ist denn das da laut? Hä? Was ist denn das für nichts? Was ist das denn? Es hat mich getroffen, weil da was im Weg war Hä? Das hätte mich ins Wasser wahrscheinlich katapultiert Ich spiele das Spiel gerade zum zweiten Mal Kannst nicht erwarten, dass ich Profi bin Lass an, ja, ich hole Lass an, ja, ich hole Lass an, ja, ich hole Mach sich kalt Ne, alle auf mich Es hat so falke Schweine, alle auf den schwächsten Doch Du bist nicht der Schwächste Doch Vors ist der Schwächste Im Moment bin ich schwächer als Wie oft hast du das Spiel schon gespielt? Das hier noch gar nicht Das generelle Worms Worms habe ich schon mehrfach gespielt Komm, Vors, haut der Merkel Das ist das zweite Mal Da gibt es aber keine Asyluntergruppe mehr Das ist das zweite Mal, dass ich überhaupt ein Worms-Spiel spiele Das erste Mal war die erste Hoffnung Da Der Köttbäller Da, Captain Code Ja, Captain Code Ja, Captain Code Da versteckt sich so Feige Das kann nicht wahr sein Das kann nicht wahr sein Okay, lieber Force Jetzt gibt es einen toden Köttbäller Ich glaube ich jetzt nicht Guck die Schwänzeln Da versteckt sich Schwänzeln ist die Feige Schwänzeln ist die Feige Ich werde auch Ich flipp aus Aber was war das denn? Die selbe Und Wisst ihr das Game hat Ist dasselbe wie früher Aber hat andere Hitboxen Ähm, ah ja Ähm, nein, danke Und dann sehen wir uns mal wieder Na, falsche Taste Schon wieder Ähm Das Sound Ich drück jedes Mal die falsche Taste Ich wollte wechseln Jetzt, jetzt weißt du wenigstens Wie ich so knapp verloren habe Das ist mir, ich glaube Drei oder vier Mal passiert Im anderen Match Ja Äh Ich schnapp dich Verstanden Sind ja eh nur drei Figuren von mir Auf einmal Äh Eine heilige Bombe habe ich auch nicht mehr Weil ich sie versammelt habe Glaube ich Schieß auf die Wagen So schmacklos noch da Hehehe Ups, das tut mir aber leid schmack Hehehe 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 Aber das war die Rache dafür Dass du mich vorhin angegriffen hast Ich hoffe ich bekomme nachher nicht Yomu oder Reimo Hoffentlich gibt es davon noch eine Runde Ich habe gerade zu viel Spaß Naja, wenn ich es aufnehmen kann Hallo Das ist gerade zu lecker Weil du weißt ja Ich nehme es auf Ja, ich weiß Und die Partei ist immer sehr groß Diese dürfte eigentlich nicht so groß sein Weil das Spiel ist nicht so groß von der Vom Speicherplatz hier Meinst du? Meine ich nicht nur, ist so Ich habe, als ich das installiert habe Wusste ich nur Fake dich, Serac Bitte und gerne Wusste ich nur 500 Megabyte Scheiße, Reimo 120 Gigabyte Ist eine Aufnahme bei mir Komm, versuch es Komm, Pulf, schlag mich Fuck, da ist einfach noch so ein Dinges Und Serac, du kriegst deine Abreifung gleich noch dazu, ne? Das schwöre ich dir Und das will ich jetzt, ähm Das will ich sehen Was habe ich denn? Ja gut, wenn's Die Merkel ist, stört mich nicht Warum gibt's ja nicht so wenig Waffen? Gibt's keine besseren Waffen? Kann man einstellen? Die Super Waffen kommen in den Kisten Nee Oh süß Komm, jag dich hoch Ich jag dich hoch Lass Emilia in Ruhe Die sind alle zusammen Oh ja klar Und leckert sich die Möse Eben Nippoool Und da war sie Kripp Und da war sie Kripp Alle nur auf die Tore Alle nur auf die Tore Oh, zu schämen Ich schläge zurück Und geht Richtung Vaginalschläge Und kommt da nicht mehr raus Alle sind auf die Tore Lass mal ne Granate Pauler Sack Denkste ich bin so blöd Serac Käpt'n Code will jetzt werden Ah, ich hab' nicht gedacht Jetzt hau' in den Beesbeschläger Das ist doch easy Aber der Köttmöller wird aber so oder so sterben Dann hau' ihn mit so'n Dragon Punch oder so'n Uppercut Soll' der auch nicht hin Zack Ist so blöd Anders ging's jetzt nicht Oh, kleiner Vos Aufschlag hat der Kattwoller Äh Käpt'n Code ist tot Lass Jomo in Ruhe Ich find's recht praktisch Zwei auf einen Streich weg Lass Jomo in Ruhe Mal hin lebe ich noch Hör auf auf Jomo rumzukriechen Ich krieg den nicht, ja? Jetzt hau' der Fallge ab, ich glaub' es nicht Na toll, Arya und Marissa sind direkt ineinander, Gruppen 6 Ja, genau Geh auf Osoma, der hat noch so viel Ne, stattdessen gehst auf meine Ähm Trifft mich das? Loll Loll Das war auch noch ein Ding Das war auch noch ein Ding Das war auch noch ein Ding Ne So, wie macht man das immer mal? Was macht man? Tab Geh nicht Erst musst du das anklicken, dann musst du auf die Leertaste und dann ist auf Tab Ähm, Jomo Aya Ja Das ist so ein Moment gewesen, wo ich das Ninja-Seite besser hätte lassen sollen So, als reicht's mir, Aya verpisst sich Gar nicht mal so blöd So, hab ich jetzt noch irgendwas? Ne Wehe, Spocky, ich war nicht Föte die Merkel! Halt die Klappe, Sera Warum denn? Ich weiß gar nicht, ob ich Shamimaru richtig geschrieben habe, aber ich glaube schon Ich glaub' Force ist pro Merkel Jome Das ist Force Merkel, oder Merkel Force Schade Schade Schade, Schade, Schokolade Hat leider nicht geklappt Leider, leider Schade, Schade, Schokolade Lecker, 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 lecker Wie geht das jetzt mit dem Seil genau? Äh Jetzt willst du auf Aya losgehen, oder wie? Jetzt willst du auf Aya losgehen, oder wie? Die ist gar nicht sicher Ja, auf Yomu In die Stachelfrucht Er möchte den Force klonern Serax Serax-Darmwürmer sind immer noch stark dabei Oh, was ist mit Schmacki? Ich glaub', dass wir im Kopf an Kopf rein zwischen Schmacki und Serax Oh, jetzt komm schon, jetzt bewegt dein fetten Arsch, du blöder Wurm, ey Jetzt ins Wasser rein auf einmal 13 12 Nein Äh Ups Fuck Toll, das war viel zu viel Ey, der feige Schwänzel die ganze Zeit Guckt ihn euch an, wie feige der ist Feige, ich komm hier noch nicht raus Ja, ja, ja Ich will jetzt was zu tun, ey Ja, das war ne elegante Rutschpartie Ja, danke, schmack, danke Ja, jetzt, jetzt geht er bestimmt auf Raymo, oder? Ja Hier, Raymo Raymo Akurai Er hat's auf jemanden anders, glaub' ich Du Arschloch Jetzt, halt Guck ihn dir an, wie er feige abhaut Lass mir erst da rein Bitte lass mich Raymo, Raymo Ja, geil, Raymo So, was hat Raymo denn? Ähm Wie ist Raymo eine Chance? Ja Also, wenn meine Würmer sterben Sind die eure Scheiße Ich krieg dich Ich hol den Schnitzel jetzt raus aus dir Schrenzel und Gretel Lalalala Marissa Kirisame hat nur zwei Lebenspunkte Stivel ist fast fit, Werni ist fast fit, Osoma ist komplett fit Und Fuzzy hat auch nur noch zwei Lebenspunkte Welche Fuzzy? Achso der Hm, der Fuzzy Ey Marissa, geht rein Richtig Na gut, Marissa ist eh schon geschehen, egal was kommt Ahaha 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 Oh 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 fuck man, fick dich Nein Tschüss Ahaha 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 What you're doing? Ja, ich frage, what you're doing? Was eine geile Kondi Doppelte Lebenspunkte abzugehen War zwar nicht ganz geplant, aber Es hat trotzdem funktioniert Ja, nein, nein Es hat trotzdem funktioniert Ja, nein, nein Ahaha 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 Ach, komm schon Was macht der Forster für Tonebohnen? Ich versuch da irgendwie rauszukommen Gieß bei die Höhe Spreng dich da frei Das hilft immer Sein, sein Seil ist zu kurz Ahhhh Ja Er kommt nicht mehr raus Hm Kann jemand mal eine Mine oder so eine Stange Dynamit mal reinwerfen? Das wird sicher lustig Fauler Forst Ich hab nur mal zwei, nee, drei Figuren Die zweite Forst sind fast tot Aua, das wird nix Mann Ah, nicht so spät Merkel Oh, die Merkel Das hat nicht so geklappt wie ich wollte Scheiße Was hab ich schon mal gelesen hab, passt überhaupt nicht Merkel erstellt eine Strategie Mode, hm? Hehehehe Flüchtlingsstrategie Ja Ja Ich hab noch nie gesehen Ja, eine Flüchtlingsstrategie In's Wasser Scheiße kaum in's Wasser Ja, das heißt Wir sind blödlang Ich fick mal den voraus. Du Drecksache. Nein, nein, nein. Ich lebe doch. Ich lebe doch, du Drecksache. Du stehst da so schön da unten. Das muss ich einfach ausnutzen. Also bisher hat so ein schönes Treppchen da unten. Du Hurensohn. Ja, renn weg, du Huren. Meine Pürze. Ich gehe ihn an, Furtwitzkel. Ja, vergifte ihn. Nein, nein. Ich habe es dir eingetellt. Der Hurensohn ist dabei, du hättest durch seinen eigenen Furz vernichtet. Und vergiftet. Oh so, Mann. Mal wieder Feige am Hacker stellen. Die ganze Zeit hinten in der Hicke. Nee, er schmack. Ich warne dich. Geht sich sowieso nicht aus. Ich warne dich. Geht sich sowieso nicht aus, weil er dann Warnung abknallen muss. Aus der Haut richtig raus. Da kriegt er von mir aber wirklich eine Breitseite. Vergiss nicht, Osoma ist gespielt. Das ist mir doch scheißegal. Der Trigger trifft bestimmt. Das ist so ein One-Hit-Wander. Ja. Ja. Scheiße, Alter. Ich glaube, dass ich das geschafft habe. Interessant. Verstanden. Das war Glück. Oder einfach verdammt noch was, Gil. Der Name, ja. Der Name. Warte, lass. Oder meinst du Osoma, ja? Ja. Na gut, dann war's Glück. Osoma ist sowieso nicht skilled. Auch Wani steht da gerade so perfekt. Die kann man so gut abknallen. Deswegen habe ich sie auch gerade im Visier. Und jetzt auf... Was? Ah, zwischen den Beinen. Lol. Wow. Was? Das war... Bevor... Versenkt. Oba, wo sitzt doch irgendwas zum Abknallen. Da war doch gar nichts. Ich habe da nichts gesehen. Manchmal reicht da ein kleiner Pixel aus. Vaginalschlinge auf Reimo. Oh, das klingt intervers. Das... Das ist gerade totaler Betrug. Lass Reimo da raus. Warum nicht? Weil sie geil ist. Das ist sie. Ich schick dir aber, weil die geil ist. Wie viel Leben hast du? Oh, schade, wie bunt sich nicht. Du bist ja. Ist ja schon klar, was das Teil bewirkt, ne? Ja. Ich weiß, was das Teil bewirkt. Aber ich müsste dazu viel zu große Strecken. Verschwägen. Hm, Minius habe ich. Da Uri flüstert, er flüstert gerade sein eigenes Uri. Und deswegen ist er vergiftet. Dann kriege ich irgendwie viel Licht daraus. Auf. Hm. Naja, wenigstens ein bisschen. Gar nicht mal schlecht geschossen. Warte, du, Noah! Ah, danke. Das ist toll. Ich bin wirklich gut geschossen. Ah, ja. Ja, wenn ich mich alt spiele, dann können meine Schüsse manchmal gefährlich sein. Hm, um, auf jeden Fall. Ich bin sowas von am Arsch, ey. Der Urin flüstert, aber. Er schlägt wieder zu. Hahaha. Hahaha. Ich witte, ich verfehle. Ja. Fuck. Ja. Fuck. Ich hab's dir doch gesagt. Hahaha. Ah, ja, ist vom Baum gefahren. Ah, ja, ist vom Baum gefahren. Mhm. Hahaha. Oh. Der Merke sitzt immer noch in den Fosentacken. Hahaha. Ah, er hat's nicht auf mich abgesehen. Danke, Schmacki. Danke, Schmacki. Banni ist ja jetzt dran. Ah, er hat getroffen. Gnadenlos. Ey. Das gab Abzüge. Ja, die Tauberwürmer werden verlieren. Sirax damals um euch. Was? 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 Du, 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 du könntest jetzt Merkel und Force beide mit so einem Dragon Punch ins Wasser hauen. Geil. Hm? Oder so. Das schafft er doch nie. Er setzt ein, er setzt zwei sichere Kills aufs Spiel. Achiu! Ich muss das einfach jetzt riskieren. Ihr schmack doch, was ich dir sage. Hau die beiden mit dem Dragon Punch ins Wasser. Ach, doch, Alter. Kann ich nicht, weil es da nicht weitergeht, du Vogel. Aber Merkel stirbt durch den Schlag. Und Force hat, glaube ich, auch noch mehr wenig Lebenskraft. Die beiden überleben das nie im Leben. Haha, Force ist eingesperrt. Die überleben das nie im Leben. Na klar. Das macht Bumm. Na geil. Wenn jetzt Arya dran kommt, kommt sie, glaube ich, eh nicht. Doch, der Ruinflüsterer. Ja. Der rächt sich jetzt bestimmt an Yomo. Hm. Lass mich leben, bitte. Lass mich leben. Was soll ich sagen? Echt? Du wirst immerhin noch ein paar mehr bei meinem Spiel. Ich hab nur noch einen einzigen. Ja, hättest du gehört, was ich gesagt hab. Kannst du nicht dich das Gift verretten, bevor du da bist? Dich. Was hast du gesagt? Und Spaß? Ich hab gesagt, wirklich. Nee, der Wurm. Ja, huste du nur. Okay, Remu, geh nur die Vaginalschlinge. Oh, die krieg ich doch nie. Hallo? Was ist denn das jetzt? Noch mehr da? Ich weiß es nicht. Ist noch mehr da? Ich bin noch da. Ich bin noch da. Boah. 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 Ich' hab da nicht mehr ... Ah, ja. Hatte sowieso noch einen Wurm. Von daher... Schade, dass der Force jetzt nicht in Führung war. Das wär dann echt Vier. Hä. Ja, dann muss ich da wohl rausgehen. Force gegen die Merkel. Force hat es schon aufgegeben. Ja, Schmacki ist Force. Die nächsten sind die Toro-Würmer, die da aufgehen. Aber nicht absichtlich. Hab ich aufgegeben. Ich glaube nicht, dass du es noch so weit gebracht hättest. Spätestens jetzt wärst du, glaube ich, tot gewesen. Schmacki wird mal so langsam gefährt. Oder? Hätte ich nur so eine Bananenbombe oder so. Wir können ja danach, wenn ihr wollt, nochmal machen. Wenn sich der Speicher ausgeht, dann vergisst, es wird alles aufgenommen. Ja, ich nimm's sowieso weiter auf dann. Ich muss dann sowieso einen Zwischen-Cut setzen, um zu schauen auf die Dateien. Das ist halt scheiße, das Ausgrenzen, denn jetzt das passieren musste. Ne, jetzt nicht. Stell dir vor, du letzte Führer. Schade. Ja, genau. Na, wenigstens hab ich dir ein bisschen mehr abgezogen als mir. Ähm, Jomo Kompaku ist dran. Tja, Wolf. Ähm, diesmal haut's sich ein bisschen früher raus als sonst. Ja, leider. Der arme Urin-Flüsterer kann doch nichts dafür, dass er ein Urin-Flüsterer ist. Und Urin mag und Urin flüstert. Ich bin so verblödet. Lol. Mach du doll, Wolf! Stiegel am Rande. Wolf hat auch einen Scheißhaufen? Nein, ich hab einen Scheißhaufen. Stiegel am Rande des Wahnsinns. Und Ozoma die ganze Zeit, der hat doch keinen Schaden bekommen, die feige Sau. Sogar Vanya war schon im Gefecht. Aber Ozoma sitzt die ganze Zeit am Heck. Mhm. Ah, ich hasse Reconnects. Ah, die Vaginalschlinien ist ja geil. Dann kann ich mich von Raimo verabschieden. Hm. Dass der Hattie noch da ist, wundert mich. Was hier, als Wurm, oder? Nein. Ich meine Ende Call. Das ist eine Laura, der magst. Wir erschließen das Match. Mag er die Wurm, so Wurm, so? Ja, oder? Ja. Okay, ah, er ist dran. Aber Ozoma mag es nicht. Ozoma mag kein Wurms? Wurms? Das ist aber irgendwie doof. Ich hätte gehofft, der guckt sich das an, aber so ist es natürlich blöd. Ich glaube, er mag keins. Ich hab vor, bevor wir... Er hatte irgendwie gemeint, so von wegen, es würde ihm nicht so viel Spaß machen. Finde ich nicht, aber naja. Ich gebe ja nur seine Worte wieder. So, jetzt ist Aya ganz alleine. Ozoma hat das zehnfach an mir. Ich hab jetzt ne halbwegs gute Position. Sehr raks, du wirst doch... Du wirst doch deine gerechte Strafe kriegen. Auf jeden Fall nicht von den Torhuberern. Was, von Aya? Ja. Ja, werft die Granate, komm. Ja, dann tötet er sie selbst damit. Hm. So schlau wird er wohl sein. Okay, haut feig aus. Hehehe. Na ja, besser. Und spinsel mal wieder. Und Kassin-Laser-Ziel-Revier. Visier. Achso, da ist ja... Ja. Aya ist... Platt. Nee. Ist auf Raymo gegangen? Hm. Aber nicht gescheit getroffen. Okay, Raymo hat noch alles. Ich sehe bei Schmacki, äh, was Wormsang geht gerade echt nicht viel. Mit der Kamera auf... Ach der olle Sack ist auch noch da. Nee, hehehe. Wie aktiviert man das? Was? Der Taster, geht nicht. Den Teleporter. Den Teleporter aktivierst du nur mit der linken Maustaste. Bin. Okay. Zumindest geht's. Raymo jetzt etwas besser. Bald nicht mehr. Ja, glaub ich auch nicht. Oh oh. Ich würde zu uns Wasser fallen. Das war eigentlich ein verschwinderter Zug von mir. Ich nehme dich mit, du sei. Das war irgendwie wert. Das war gerade Gold wert. Hat der Schmacki gerade mitgerissen? Ja. Geil. Geil. Ja, Raymo und Vanni wieder so eine heiße Lesbnecci. Passt zwar absolut nicht, aber um mich zu sagen, es ist jetzt gerade spät genug, als ich nehme ich kein Blatt mehr vom Mund. Nun auch drauf. Unfalls war mir der Sinn sollte, du weißt, was gemeint ist. Ich sollte sich alles. Immer wieder. Da hab ich einen Moment gehabt. Mit Behörden, ich weiß ja gar nicht, ob das war nicht schon mal versucht. Ich weiß nicht, das wissen. Ich weiß nicht das wissen. Ich weiß nicht, dass du es schon. Mit Frau und Frau geset sind sie gern. Komm her, ich mag die. wieso mal da oben wieder am Heckbastel? Ähm, Jo... Scheiße, da komm ich doch nie mehr raus. Ja, das scheiße. Das ist der Cat-Cut-Roller. Der Cat-Beller ist tot. Ähm, ich glaub das überlebe ich. Ich weiß. Das wird's nicht wohl. Ja, Jomo steht jetzt in Scheiß. Jomo ist Scheiße, ganz klar. Ja, das wirst du gleich merken. Der wird gleich gepfert. Das wird ein Kampf zwischen mir und Schmacki offensichtlich. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt ist Jomo im Arsch. Da stehst du total scheiße, Schmacki. Das ist schon etwas schlauer, aber... Ja, gut. Ah, ja, ist weg. Weg vom Fenster. Nee. Das wird so einfach sein jetzt. Gott, nur mehr Jomo. Lass Jomo leben, bitte. Ja, ja, dass du mir noch mehr Schaden machen kannst, Urschi. Bitte treffen dich. Gib mir mal einen Scheiß auf und zurück, du Affe. Schade. 30 Leben, ey. Jomo kompaku war nicht hart genug. Tja, Syrax. Hier. Der Kampf der Feiglinge. Jetzt ist doch noch wir. Der Kampf der Feiglinge. Weich standen im Kampf. Nee, der Kampf der Feiglinge. Osuma ist noch total fit und die Vaginalschlinge versteckt sich. Komm, macht einen auf Tarzan. Ich hoffe, du fällst ins Wasser. Ja, vor allem mit einem vollen Osuma. Der hat's gerade noch geschafft, ich glaub's nicht. Ich hab noch ein Seil. Das hab ich mir für so einen Moment aufgehoben. Muss es nur richtig anstellen. Und dann hab ich dich, Urschi. Das ist scheißegal, ob jetzt Vaginalschlinge kriptiert oder wie. Ein übervoller Osuma ist drauf gegangen. Komm davon, wenn er sich die ganze Zeit zurückzieht. Wenn er sich die ganze Zeit zurückzieht. Aber nachher müssen wir eine andere Stage machen. Ich frag mich, wie groß die Detail ist, die springt, bis du wieder mal eine Festplatte bis das Kreuz. Das sah zumindest gut aus. Das muss man dir lassen. Der Kampfschwänzel gegen Stiegel. Der wird gewinnen. Eine der amotere, der gegen den Stiegel, der Stiegel der Giganten ist eingetreten. Lebt er jetzt noch? Das ist ja schade. Game over! Tja, ein harter Kampf. Aber es ging, wird anfassen. Schwinzelpunkt und Serac's Daumenwürmer setzen sich durch.